ich finde einfach auch die rezeptionen das ist doch wirklich cool hier alles so offen und frei und dahinter ist dann gleich die anlage das ressort in dem ich jetzt war habe ich jetzt gerade den manager kennengelernt und der ist wirklich so so toll und ein so ein lieber mensch der kommt als mexikaner und ja hatten jetzt viele ratschläge gegeben wo es denn schön wäre und wo ich dann hingehen könnte so trifft man immer wunderbare menschen auf dieser wunderbaren erde es ist einfach schön hier zu sein ich genieße es sehr